Hast du was, was uns weiterbringt, Bossin? Ja, wir sind hier schon ganz heiß auf ein bisschen Action. Bagion Lectro war nicht da. Wenn der denkt, es geht nach ihm. Falsch gedacht. Anscheinend macht er schon den nächsten Schritt, Bossin. Oh, nicht das Auto! Alexandra Trese, du wagst es, meinen Vater herauszufordern? Meine Familie? Bagion Kulimlim. Noch immer das verzogene Gör, das man von früher kennt. Das einzig Verzogene wird deine Autoleiche sein, Trese. Es ist vorbei, Alexandra. Dein Vater ist nicht hier, um dich zu beschützen. Wie geht es dir, junge Trese? Entschuldige die Verspätung. Der Verkehr soll kein Durchkommen. Lieber später als nie, Nuno. Vernichte ihn! Die Verspätung. Die Verspätung.